BAM! So und jetzt spielen wir Runde 2. Tima, hier, Chef von Mehl. Der spielt zusammen, der 2 und 1 und 3 und... was bist du? 4, ne? 3 und 2 und 1 sind Team Duk. Ja, bin ich hier? Dann bin ich jetzt schon hinlaufen. Welches ist unser Team Rot? Komm mit hier? Kameramann, wir gehen jetzt. Also dann, Mädels! BAM! 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 This is my life and I do what I want This is my life and I do what I want Wir sind gekommen, um die zu vernichten. Wir werden sie sowas einfach nur ausredigen. Du gehst auf den Neuner und ich auch. Wir bleiben in der Ecke still und ficken die voll. Das heißt, wir campen müssen. Ich möchte die tot sein. Die sollen so viel Laser in sich drin haben, dass die irgendwann inflodieren. Wir werden nicht getroffen. Wir werden nicht getroffen. Gern. 3-faches Hi-Hat. Hi-Hat! 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 Austin hier ist der Dominik. Die müssen wir so gut wie möglich treffen. Willst du dich und der andere, der Max. Versuche dich einfach so weit wie möglich von ihm zu schützen, aber den Dominik müssen wir andersrum wie möglich treffen. Okay. Die wollen uns aus dem Hinterhalt attackieren! Das haben sie gerade gesagt. Ja? Das ist SEOBreist. Ich bin nämlich wieder relativ schnell. Und du versuchst dich zu verstecken. Okay! Versuch dich gut zu verstecken. Ich versuche sie zu erleben. Okay, ich versuche sie zu.... Okay. Wir kriegen die. Wir kriegen die. Wir kriegen dann die! Ja! Wir enttreiben! Ja, okay. Fight! Okay, ich bin voll. Ich bin auch voll. Wir gehen jetzt einfach nur auf Tön. Komm, rück mal rück. Bleib mal rück. Bleib mal rück. Spann ich ja. Wir müssen in der Marsch bleiben. Die küssen sich wieder. Da, da, da. Da, da, da. Hat sich was bewegt. Da hinten. Ja, ja, ja! Hab sie, hab sie. Hab sie, hab sie. Hab sie, sechs. Neuner links. Hier, hier, hier. Ich muss India ein bisschen bei. Sie hat mich erwischt. Scheiße. Neuner rechts, neuner rechts. Vorsicht. Links. Neuner auf links. India, hab ich. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Hab sie, hab sie. Hab sie, hab sie. Hab sie, hab sie. Hab sie, hab sie. Er hat nichts. Scheiße. 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 Wir hatten eine, eine harte, eine harte Woche. Eine harte Kriegswoche. Eine harte Kriegswoche. Eine harte Kriegswoche. Wir hatten jetzt nur abgerundet. Stefan. Ja? Was ist denn? Ja, wir werden sehen, wer diesmal gewonnen hat, aber ihr habt schon einige abbekommen. Wir gehen jetzt direkt mit den Klamotten an. Neuner hat es schon ausgezogen. Egal, wir gehen trotzdem mit dem Rauswitz. Wir gehen raus und wir gehen direkt aufs Scoreboard. Wir können uns nicht sicher sein, wer gewonnen hat. Das ist eine ganz spannende Giste. Wie geht's dir? Das ist immer noch die Chance. Wir müssen hin. Hat Spaß gemacht. Ja. 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 Also ich glaube, das ist immer geil. Schauen wir uns mal, welches Spiel das spielt. Was? Mit 103. Ja. So gut. Geil. 100 gewonnen hat. Also. Mit grünern der Punkte. Grünern der Punkte. Mit 173 Punkten war sehr klar. Ne, gehört ja keiner zu. Gut gespielt. Man hat den Schweiß des Gewinnens. Sehr gut. Rausgeben. Taka. Warum sind die denn jetzt schon wieder nicht da? Eingelabert hast. Dann hast du die andere Sachen für Römer fähig. Ja, gut. Der Römer fähig. Oh je, Romanis. Was für ein Jahr? Oh, das ist ein 2012er. Ja. Also hat er schon ein paar Jährchen auf dem Buckel nicht jetzt mit anfangen. Nein, ich wollte gerade lesen. Hast du? Ja, aber damit kannst du jetzt einfach... Dekui ist Französisch. Das verstehst du nicht. Doch, ich hab... Ich kenn Französisch. Find ich gut. Ganz gar keinen. Natürlich kenn ich Französisch. Pass mal auf. Du kannst die Sprache, die du hier im Rahmen deiner Rolle kannst und die... Dekui... Du sprichst... Du sprichst... Guck mal... Dümme Ende... Nein, nein, nein. Sprich du das doch mal aus. Wieso soll ich denn das aussprechen? Kannst du gar nicht. Ich sag ja nicht, dass ich Französisch kann. Schütteln. Du musst einfach atmen. Aber probieren wir es nicht gleich. Okay, sehr gut. Pardon. Jetzt hab ich nur eine Frage. Wie lösen wir das Problem mit dem Alkohol, Leute? Lösen wir das Problemchen? Wir können euch sagen, wie die Sache läuft. Spätestens zum 9 Uhr sind wir alle so voll und am Schlafen. Ja, was ist denn da leer? Prost. Das ist dann leer? Ja, wir bestellen uns dann. Prost irgendwo. Aber riecht nicht gut. Cheers. Cheers. Schönes. Aua. Du musst aber noch ein bisschen atmen, oder? Der muss nicht atmen. Ach, scheiße. Muss der atmen? Ich würde ihn auch X trinken, wie alles von der Scheiße. Also, passt auf. Wir spielen jetzt das Anziationsspielchen. Lustig. Okay. Das ist ne... Also, das machen wir jetzt so. Das ist gut. Guck, wie toll das ist. Jetzt können wir uns perfekt angucken. Und der Kameramann für dich ist auch toll. Sag das Tolle. Das Tolle ist super. Also gut, dann fangen wir an mit... Sag das Tolle. Dann fangen wir an mit Ecke. Ecke, ähm, Wand. Tor. 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 Schloss. Schlosser. Das zählt nicht. Grau. Ist nicht doch zählt. Nee, das Wort darf nicht drin vorkommen. Also, aber das Adjektive können wir benutzen, ne? Ja. Grau. Ähm, Bisch. Bisch. Ja. Da ist was umgefallen. Da läuft Wasser aus. Das läuft immer... Ah, nee, läuft nicht. Ist der Deckel drauf? So war nur die Kohlenstoffe. Stefan. Wer hat uns heute vom Begischen Tutballett. Wer ist denn jetzt dran? Nee, wir dürfen keine Namen nehmen. Namen sind nicht gut, weil Namen so etwas Individuelles sind und nicht... Komm, auf, jetzt mal ernsthaft. Ja, ja, okay, alles klar. Mal so, wie man das in der Schauspielschule macht. Und ne Getränke in der Hand. Ja, aber jetzt mach, sag, gib weiter. Haare. Friseur. Schwarz. Ähm, Schweiß. Schwarz. 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 Pflanzen. Grün. Blau. Hebel. Sterne. Beut. Dunkel. Nacht. Tag. Schön. Ja, da, braun. Erbe. Ach, da. Seid ihr alle langsam. Seid ihr langsam. Nicht mal, ich hab's kapiert. Ich hab braun, ich hab so an Scheiße gedacht. Ja. Und dann schön und dann das Gegenteil von schön. Braun, Scheiße. Und dann weggebrochen. Also, okay, aber du hast mich so komisch angelacht. Hier ist es zum Beispiel eins. Ich versteh das nicht. Wie soll das? Weil da nimmst du immer einen weg. Du nimmst immer einen weg. Und da nimmst du den weg. Und deswegen bleibt die eins übrig. Zack, zack. Und wenn du einen dazu machst, hast du das. Wenn du einen dazu machst, hast du das. Was always so.